Nein. Was soll der Scheiß, Johnny? Wie lange dauert es, eine Zigarette zu rauchen? Sorry. Ja, du mich auch. Ich sagte sorry, Joe. Joe? Tori. Musst du keine Bar aufmachen? Fuck. Ich muss jetzt gehen. Ja, gute Idee. Was willst du, Mann? Was wird das? Jetzt sind wir jetzt fertig. Johnny, das ist angefangen. Lass ihn sofort los. Lass ihn sofort los. Oder ich schwöre bei Gott, dass ich dich mit meinem Auto überfahren werde. Beim nächsten Mal kämpfe wie ein Mann. So ein Mann wie du? Jo, viel Spaß mit meiner Ex-Freundin, Bro. Komm drüber hinweg, Johnny. Wir waren auf der Highschool. Leck mich. Grüß deine Frau und dein Kind von mir. Ich bin nicht verheiratet.